Jo Leute, herzlich willkommen bei dem sechsten Video von YOLO 200. Heute spielen wir mal wieder Tempel Run 2. Ja, dann fangen wir mal an, dann muss ich leise stellen. Ah, komm doch. Ja, ja. Und, nee, so viel plaudert im Play. So. Mein Rekord ist jetzt 2.000 Meter. Ich kann euch jetzt mal das zeigen. Ich kann es wieder einholen. Ja, dann nach links. Das ist gut. Oops. Egal. Oh, voll auf dem Kopf. Egal, 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 egal. Oh, 1472 Gold. Alles gut. Egal, voll neu. Leute, das war dann meine letzte Runde, weil ich muss jetzt schon gleich auf Klassenfahrt. Hoffentlich guckt ihr meine Videos an. Und, ja. Am Freitag mache ich wieder Videos, weil ich auf Klassenfahrt fahre. Ich hoffe, dass das Video gefällt euch. Ups, ich muss springen. Egal. Und, ja. Das Video ist schön und ich spiele auch. Ich spiele das so zum 16. Mal. Ja, nur, dass dieser Dummkopf, der mich ist, mich mal ablenkt. Oh, das ist gut. Ey, dieser Dumm. Egal. Starten wir von neu. Und jetzt haben wir von 16 Gold. Wir verlieren das Gold nicht, wenn wir dran klein. Das kommt irgendwo anders hin. Und, ja. Egal. Egal, das war's auch schon mit dem Video. Hoffentlich gefällt euch das Video. Bis zum nächsten Mal wieder mit YOLO 200. Also, das war's auch schon wieder nepas.